Hey, Oman! Ich glaube, jetzt sind für alle die Ferien vorbei, deswegen habe ich heute nochmal ein richtig cooles Deckblatt für euch. Dafür braucht ihr Post-its und dann könnt ihr so richtig cool den Frust erstmal rauslassen. Schaut doch gerne mal bei mir auf Snapchat vorbei für noch mehr coole DIYs und Back-to-School-Videos. Wenn ihr dann alles voll gemalt habt, könnt ihr die Post-its wieder abziehen und es ist so ein richtig cooler freier Platz geblieben. Und das könnt ihr jetzt noch individuell beschriften mit eurem Fach oder eurem Namen und fertig!